Wer von euch ist es? Hä? Wer von euch ist er? Lass mich hier rein. Lass mich hier rein. Jenny ist es auf jeden Fall. Ich wette es. Woran sieht man das? Gar nicht. Bisher kommt. Bisher kommt. Wenn ihr an der Seite habt ihr zwei Bilder unten. Wenn man der ist oder was? Der Dachbau oder was? Ja dann habt ihr zwei Bilder. Und da kann man immer wechseln oder was? Ja. Ah ok. Nein. Geh weg. Ja und wie gesagt ihr müsst da unten ist die Tür wo wir alle gestartet sind. Da ist die Tür mit den Schlössern da müsst ihr halt dann immer versuchen rein zu kommen um dieses gefangene Kind zu befreien. Die sind irgendwo versteckt oder es gibt Schlüsselkarten wo du in diese roten Türen reingehen kannst. Eins, zwei und drei. Wo ist meine Tasche lampiert denn? Hast sie vielleicht weggeworfen? Ich bin echt weggeschmissen. Ey. Alter. Was soll ich jetzt machen? Also irgendein ist das. Ja du? Weg. Einer weg oder was? Der Dennis war's. Der Dennis ist der Dings. Was? Nein. Der Dennis ist der Nachbar. Gar nicht. Also rennt weg, rennt weg vor dem. Ich schwöre. Die lügt. Da oben geht aber nicht mehr weiter. Ich weiß, wann der lügt. Ich werde verfolgt. Nein. Nein. Weiß ich nicht. Lauf. Du solltest jetzt aufpassen. Nimm dir irgendwas in die Hand und dann. Wer von euch ist jetzt der Nachbar? Nein. Geh weg. Stehen Sipi. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Die ist gleich aus der Puste. Wo war das knapp, Alter? Sipi, wo bist du? Nein. Nein. Geh weg. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Ja, wenn jetzt noch jemand da wäre, hätte man den dann betäuben können halt. Padi. Gefangen genommen. Padi, wo bist du? Padi, wo bist du? Auf. Irgendwo. Aber der ist da unten. Hey du Verräter! Guck,!」 Guck, dann! Ah! Guck einfach so mitcken. Mit dem Haken, ey. ich glaube die hat am anfang schon meinen namen gesehen dann rede ich jetzt immer nur noch dunkel na jenny wer ist jetzt der nachbar wenn ich es oder bist du erzähl mal jenny wer ist der nachbar vielleicht bist du ja wieder der nachbar kann sein oder münzen wenn ihr münzen findet ach guck mal ich habe ein chip karte noch eine chipkarte ich habe zweimal für türe 1 wo ist türe 1 das sind türe 1 genau das hier paddy das ist die tür die man aufmachen muss mit den schlüsseln alle vier stück und dann kann man da den befreien ach der paddy hat auch eine 1er karte naja da geht die sind an diesen metall türen hier kommen hier ist eine hier hinter dir zurück nein das ist jenny hier bei mir hi paddy komm wir spielen ein bisschen mit den 1er karten dann müssen wir die doch jetzt einfach genau dann ist das der nächste raum guck mal da liegt eine münze wo ist die taschenlampe hin ach hier im schrank liegt eine ich habe eine karte gefunden welche 1 2 oder 3 1 ok ja eine tür haben wir schon auf ja aber wer ist denn jetzt hier der zippie meine taschenlampe ist weg die schokoriegel kann man das benutzen ja dann kriegst du irgendwas ich weiß aber nicht genau was es anstellt ach die ist auch schon offen da muss ja noch irgendwo eine sein oder zwei türen ich habe zwei karten für die türe nummer 1 ich habe auch ich habe jetzt für 2 2 karten sogar für 2 ja irgendwas muss ja hier jetzt passieren ich habe jetzt meine taschenlampe weg da unten ist eine türe 1 die ist noch rot hau ab alter wir streichen rum das wollte uns mal testen ich glaube nati ist der zippie nein war die vorhin auch nati ist der zippie auf jeden fall nein ich bin es wirklich nicht wer hat da gehupt wer hat da gehupt wo ist denn jetzt die türe 2 ja das muss man suchen ich glaube nati ist das nicht wo seid ihr denn oh eine schlüsselkarte nummer 2 ja die ist hier oben ist eine 2er tür aber hab keine karte hier oben ist eine 2er türe wo wo ja hier wenn du hier oben hoch gehst da und hier drüben ist bestimmt noch eine die taschenlampe ist drin aber hier ist eine 2er türe hier auch wie komm ich denn da hoch ja tür geöffnet oh da unten hat einer eine tür geöffnet da unten ist irgendwas rotes der party ach der party hat da irgendwas hingeschmissen wer von euch ist denn jetzt der zippie wer ist denn der zippie ich hab gesagt hier oben ist die tür ich hab gesagt das jetzt so lange gedauert bis der zippie kommt oder das war 2 hier hat doch hier schon jemand auf denn jetzt ist es florida nein nein ich hab gesehen wie der der natt hinter gelaufen ist nein doch das ist schon wieder der zippie wo seid ihr denn wo seid ihr denn jenny lauf lauf ja die mann adi ach du scheiße ey das ist doch scheiße das ist hart ne es ist auch fies dass ich jetzt zweimal der nachbar war der weg wer von ist es wer von euch ist es jetzt wo stimmt wieder dennis weg hau ab parli von mir lass mich in Ruhe ich habe eine andere Richtung wer das wer das was mir nichts kaputt schlagen geh weg von mir du bist bestimmt schon wieder ich hab'n hammer freunde geh weg werfe ich werfe ich glaube die nati ist es nein die kam nämlich so komisch hinter mir wieder reingemolken nein ich bin es nicht ich dann habe ich sehr gut vermutet nein ich bin runtergefallen wo bist du jenny ich hatte keine schleuderdinger mehr was zum schlüssel zum schlüssel ja ich auch da kommt man irgendwie nicht hin wo ist der party denn wo treibt er sich denn wieder rum party du kannst dich auch wieder zurück verwandeln zur not wo denn ich finde ich nicht ich weiß nicht wie schon kommen alleine treffen gemolken versteckt nicht im schrank also geht auf jeden fall eine treppe das ist ein flur mit einer treppe die hoch party ich bin drinnen ich hab dich gesehen hallo party ich bin hier drüben oh mein gott nein ich hab nicht gedacht dass er das weg machen kann nein party tut mir nix oh scheiße ich wollte das gerade an den kopf werfen hat nicht geklappt ich wollte ja eigentlich den karton an den kopf werfen aber irgendwie wollte das ding nicht wer von euch ist immer wieder weg ne ich hau ab der party sagt nix alle so ohne oh mann doch da wird sich jeden keks drauf wer denn ich habe den ersten schlüssel freunde nein doch ich nicht party kommt zu mir wir müssen zusammen bleiben ja 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 Lauf! Cash, die hat sich gerade verwandelt, hast du gesehen? Jetzt schmeißt er seine Taschen an, Alter. Was machst du jetzt mit dem Schlüssel? Tür aufmachen. Ja, ein Schloss. So und jetzt fehlen noch die anderen drei. Lauf, Matti ist da! Müssen wir auch mal die Kinder gewinnen, oder nicht? Der ist betäubt dann! Wer läuft im Kreis? Pass auf! Oh, hier geht's nicht weiter doch! Hat die dich? Nein! Und den Dennis? Nein, nein, hat die auch nicht. Nein, buddy! Oh, ich bin entkommen! Ich bin entkommen! Hallo! Zipi! Ich bin hier! Komm einfach ab! Was ist der Schlüssel, Patti? Du musst die Schlüssel finden! Ja, ich bin dabei! Oh Mann! Ich hab gedacht, das wäre ja schon! Scheiße, die Tür geht nicht auf! Wo seid ihr? Sagen wir dir nicht! Kommt raus, wo immer ihr auch seid! Nö! Ich mach dir einen auf S mit ihrem Clown da! Such schnell! Ja, ich bin dabei! Ist das eine Karte oder so, oder? Ne, das ist ein Schokoriegel! Und da liegt eine Karte auf dem Boden! Wo? Da! Da vor dir! Eine Zweier! Ja! Auch da! Ja, sie hat mich wirklich gesehen! Wir sind Blinder-Clown, wa? Mann, wo seid ihr denn? Ist ja... Wir sind ausgezogen! Siehst das Haus? Das sieht doch schon so aus! Vergiss nicht, oben in die Schränke zu gucken! Hilfe, Patti! Hahahaha! 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 Nein! Patti! Achseler Wittchen! Ich bin verschwunden, Patti! Es liegt an dir! Du musst es schaffen! Ich habe da schon eine Zweiertür irgendwo geöffnet, ne? Oder war das der Raum? Ich hatte schon eine von den Zweiern auf! Die ist irgendwo offen schon! Ja, nice! Der Patti hat noch eine Karte! Drück die Uhr links! Da war eine Uhr! Wenn du die drückst, geht das Tor auf! Oder? Kann man die drücken? Ja, kann man! Mit Ehe, glaube ich! Wenn du die anguckst! Oder? Ja, da ist ein Zeichen für die Uhr! Patti! Hahahaha! Oh, Alter! Adieu! Boah, voll der Monster-Clown, ey! Ja! Ja! Das war wohl nichts! Das war's! Das war's! Wir haben ja. Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Bis zum nächsten Mal.